Kira Yegorová. Das ist Ihr erster Seniorinnen-Wettkampf. Ihre Gegnerin dort ist die Anführerin unserer Nationalmannschaft, Alexandra Pokrovskaja. En garde! Dreh! Allez! Sie ist ein Raubtier und sie weiß, wie sie auf der Planche abliefert, während dein Kiel-Instinkt irgendwie verblasst ist. Übrigens wird diese Olympiade deine letzte sein. Aber mit der Hilfe dieses Mädchens könntest du es schaffen. Jetzt verstehe ich, wieso Pokrovskaja dich fürchtet. Ich muss zu den Spielen und aufs Podest. Nicht so niemand wird mich daran hindern, kapiert? Mit Gutherzigkeit gewinnt man keine Olympiaden. So läuft das nicht. Für dich bedeutet es aber die letzte Chance. Denn das wird sicher deine letzte Olympiade sein. Ich, Alexandra Pokrovskaja, werde selbst entscheiden, wann es soweit ist. Hier ist das klar. Was noch? Ich sagte, ich wäre bereit, ein schlechter Mensch zu sein. Und was noch? Das wird meine Olympiade. Ich werde am Ende die Goldmedaille holen, weil sie mir zusteht! Da geht's! Nun. Musik We know.